Oh cool, das war auch ein guter Spock. Ich hatte noch nicht mal meine Lanze gerade hingestellt. War bestimmt gezielt. Auf ein BAM! Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich bin wieder gespawnt und direkt in den Mörser gerannt. Das kann doch nicht sein, wieviel Pech kann man denn haben? Ey, wieviel Pech, wieviel Pech Jasper. Ich bin die letzten drei Runden Kanonen gestorben. In vollem Ritt bin ich genau im 90-Grad-Winkel zur Flugbahn der Kugel. Minimales Zeitfenster, in dem man auf mich erwischen kann.